moin moin und herzlich willkommen zurück zu redguard ich kürze das jetzt halt mal so ab als redguard ich habe jetzt keine ahnung was wir eigentlich genau machen müssen muss ich mal gleich im logbook nachgucken so wir waren jetzt bei tobias hmm so he logbook from sratra my fixer and wayrest i received a letter from tobias concerning the disappearance of my sister isara set sail for the island of strass makai in hammerfeld with sassad dead and prince ator defeated my by imperial admiral ridgerton at the final battle of strass makai imperial garrisons are stationed in every hammerfeld city and lord ridgerton reigns as provisional governor in strass makai defeated pirates of the restless league attack on brandon's ship arrived harbour of strass makai tobias says to meet him at dragontail at the finish also tobias here sayona says she is a friend of tobias and that she is happy to help me to be a says that brother kithrail a brother of akai and isara both disappeared about the same time and that they knew each other to where says visit brother needle at the temple of to learn more about isara okay dann erstmal rausfinden wo finden wir der tempel von akai wahrscheinlich müssen wir da wahrscheinlich hin das sieht nach dem tempel aus ich gehe davon aus dass das ein tempel ist das sieht nach dem tempel aus ne das ist kartograf kartograf was gehen wir mal da hin der kann mir bestimmt eine karte geben ich hoffe das ist nur nicht allzu teuer so ok neue musik talk to man äh bei maps do you have any maps for sale sorry i don't sell retail contract work only but perhaps i can make a map for you äh strustkai ja ich habe enter gegründet i could use a map of the island i used to make those but i can't compete with the big hammerfell kartography houses higher beggars and streeters copy off a master map you've probably seen their cheap city maps around nothing like a good and drawn map people don't seem to care about craftsmanship anymore okay der kann mir da nicht so gut dann gehen wir mal wieder raus wenn der mir keine map verkaufen kann ich finde die bilder super also an sich nicht nur das jetzt mit den frauen sondern allgemein was war das denn jetzt gerade warum auf einmal so schnell okay wo könnte ein tempel sein okay da ist verflossen da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach hin das sieht nach dem tempel aus ne ist kein tempel ne ich will mal gucken wo die blücke hier hin führt die müssen ja erstmal hier ein bisschen erkunden vielleicht ist was ein tempel tempel auf arkay da haben wir es so suchen wir mal hier äh nidal Hallo, Bruder. Ich bin Cyrus, recenter zu diesem Schuss. Bruder Nidl, guter Herr. Willkommen in Arte. Meine Schwestern, Izara, hat sie seit drei Monaten verloren. Vielleicht hast du sie gehört? Ich wusste sie wirklich gut. Aber sie hat sie nie erwähnt, dass sie einen Bruder zu haben. Sie war eine Feuerwehr, so ich bin sicher, dass Sie wissen. Und ihre Redguard-Blood nicht fahre gut unter Imperium. Sie ist nicht der einzige Nationalist, die ausgesprungen hat, seit der Gouverneur erklärt hat die Stadt. Es gibt andere. Okay, aber welchen? Bruder Kittral, mein Initiator und guter Freund, für einen. Er war ein ausgesprochener Mann und ein Kräuner-Sympathizer. Er war eine Frau von deinem Freund, muss ich sagen. Und er hat ihre Kräuner-Propaganda bereitgestellt. Er war eine Frau von Arkei. Er war eine Frau von Arkei? Arkei? Er war eine Frau von Arkei, Cyrus? Arkei? Ich? Nein, naja, nicht in der Wörter-Sympathizer. In welche Weise, dann? Ich bin nicht der Wörter-Sympathizer, aber ich glaube, in die Gottes und in ihre... Sie wissen, dass sie wichtig sind. Und Arkei? Und Arkei? Das wäre... Ich bin meistens derjenige, der alle Fragen fragt, Bruder Kittral. Du bist ein altes Mann. Arkei, dann. Der Pfarrer der Seele, der uns durch unsere Leben und unsere Tränen guckt. Und guckt uns zwischen ihnen und dem heiligen Interim. Kann er dich über dich schauen? Okay, dann... Noch mal... Äh... Gouverneur, fragen wir mal? Was sagst du mir über den Gouverneur? Dass er ein schwerer Mann ist. Ricton versuchte den Tempel, wenn ich versuchte... ... die Schmerzen von Prinz Ator... ... die übergebrachte der Krieg. Ich erinnerte ihm... ... dass sogar sein Emperor... ...nach sein König könne nicht die Heilung. Insofern... ... die Schmerzen unter meinem Wörter... ... wurden geheilt... ... nur um in den Katakomben. Er... ... Prinz Ator? Er... ... Prinz Ator? Er... 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 Okay, Kurs, jetzt okay. Robert Kithral. When did you last see Kithral? I sent him to the park for fresh Mandrake route, and that is probably where Richten's men were waiting. Kithral was against the Imperial expansion from the start, though I reminded him that Arkay frowns on more secular interests. This warning Kithral obviously did not take to heart. Do you know anyone that Azara may have kept company with Bandra's nationalists or otherwise? Like I said, I knew her well. And she spoke often to Brother Kithral, my former initiate. But he too has disappeared. She was a devout Archaian, Azara. I once almost convinced her to join the temple, but that was before she... Well... Before she what? Before she what, Brother Niddle? Well, man, before she vanished. I trust that you will seek me out if you hear anything more of my sister. I will be honest, Cyrus. She is either dead or worse. For I know she would not have left Stross Mackay even after her Tors defeat. Richten had a list of rebels when he took the throne. And this Arras name was undoubtedly upon it. Okay, then we go back again. I think we need to go back again, Brother Niddle. Goodbye, my son. Niddle says that his former initiate, Brother Kithral, has disappeared. Niddle says that the last saw the missing initiate, Brother Kithral, Heading for the Park to collect Mandrake roots. Neither thinks Richten's men are responsible for Kithral's disappearance. Okay. Ich weiss jetzt aber auch noch nicht wirklich weiter. Ah, da haben wir wieder einen der Guards. Mit der Wache werden wir jetzt auch mal nicht reden. Der hat das Problem mit der Wegfindung? Oder doch nicht? Aber ist das jetzt hier wirklich der erste Teil, wo wirklich dieser Symbol für das Imperium da ist? Dieser Drache? Ich glaube schon, dass das jetzt das erste ist, ne? Quatsch, machen wir mit dem. Was willst du? Äh... See Richten? Ich muss mit dem Governor Richten sprechen. Welches Business hast du mit ihm? Äh... Ask er ein paar Fragen? AFA G... AFA Information? Äh... Ich muss ihm ein paar Fragen fragen. Nicht genug genug. Jetzt gehst du hin. Ich muss mit dem Governor Richten sprechen. Okay, dann versuchen wir es mal mit dem Palace. Das ist der Palace, korrekt? Das ist korrekt. Ich muss mit dem Governor Richten sprechen. Äh... Äh... AFA Gift? Ich würde ihm ein paar Fragen geben. Er ist nicht interessiert, Red Guard. Hehehe... Nochmals? Ich spreche mit dem Governor Richten. Welches Business hast du mit ihm? AFA Information? Ich habe ein paar Informationen, die du möglich findest. Du sprichst nicht über mich über mich. Jetzt stehe weiter! Äh... Das ist alles für heute. Aber ich werde zurück. Natürlich. Sandoz. City Jail. Was willst du? Äh... Die Jail voll? Wahrscheinlich, Red Guard. Geh mit. Ich muss mit einem von deinen Präsenzern besitzen. Sie nehmen keine Präsenzern. Jetzt geh mit deinem Präsenz. Okay. Das ist alles für heute. Aber ich werde zurück. Ich finde es interessant, dass Cyrus hier immer sagt, äh... Ich werde zurück. Das wäre der Terminator. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Ich bin aber immer noch nicht schlau, was wir jetzt machen müssen. So, Nidal, äh... Missing Initiate. Brava. Khitral. Heeding for the park to collect mann-drag-routes. Nidal thinks... Rigton's men are responsible for Khitral's disappearing. Okay, wo finden wir den Park? Wo könnte denn der Park sein? Kann ich hier auch mit der Maus irgendwie ein bisschen... Ne, ich kann hier mit der Maus nicht bewegen. Mit Controller würde das funktionieren, vielleicht? Will ich immer noch versuchen. Funktioniert auch nicht mit Controller-Steuerung. Ich habe keine andere Wahl, als wirklich mit Maus und Tastatur... Ne, nur mit der Tastatur. Die Maus funktioniert ja nicht. Ich kann hier keine Maus nutzen. Wie kamen die damals auf die Idee, nicht die Maus nutzen zu wollen? Boah, ich würde wirklich zu gerne... Äh, warte mal. Ne, wir gehen hier nicht runter. Ich weiß nicht, ob ich dann auch wieder hochkomme. Warte mal. Ach, Magier-Gilde. Boah, wir können mal gleichmöglich in die Magier-Gilde auch nochmal reingehen. Hier geht es hier runter. Was ist ein Passwort? Entschuldigung! Entschuldigung, Mann, ich kann dir nicht helfen. Okay, wir haben hier was Interessantes gefunden. So. Okay, hier kommen wir nicht durch. In die Magier-Gilde. Nur hier rum. Okay. Gehen wir mal in die Magier-Gilde. Jetzt bin ich gespannt. Was da gibt's. Was da kommt. So, jetzt... Okay. Talk to a woman. Hello. Hello, Strangers. Welcome to the Magier-Gilde of Stroz-Makai. Fully chartered since 638 CE. I'm the resident shopkeeper hereabouts. Feel free to look around, but remember everything is guild property. If there's anything you'd like to buy, just let me know. Okay. I'm looking for a young woman named Azara. The name is not familiar, sir. Might she have been a member of the guild? I'm not sure. I doubt it, but she may have been. My apprenticeship here has lasted several years. We haven't met any member named Azara yet, but who knows? Many members of the upcabala of the secretation. Do you know anything about the Restless League? I'm afraid not. The Magier-Gilde tries to stay out of the lesser politics. Okay. What kind of town is Stroz-Makai? I'm too busy studying to pay it much money. Plus, with the Empire here, the streets feel kind of dangerous. So you never leave the guild? If you want to know the truth, wide open spaces kind of makes me nervous. Many wood elves are like that, you know. They meant the canopy of the valen wood trees. Our second sky, the middle green. This is a wild elf. I don't wander around in Stroz. I'm shy enough to know that much about it. How old is the Magier's Guild? This one? Or the institution itself. This one is fairly new. 200 years and a fourth more. Modern magic scheme. Late the Hammerfell. Redguards have strong traditions. But even they took finally to the notion of a more controlled and conscious hospice for magic. Oh, did they want to take on it? How very modern for an elf. When you're a student, you embrace the institutional line. If you want to graduate. And how long do you need to be an apprentice, Miss? Alicia, and it's been way too long. I think the Guild has a prejudice against elves based on the fact that we live so long. And has the potential of reaching heights no human wizard could ever dream for. Unless he goes the rotting way which so many do. But I guess I'm just being bitter. One day I'll make Archmage and maybe none too soon considering there's an opening now. Uh, no. I don't have to go on her. I don't have to go on her. Thanks for your help. The name is Felicia. I'll be here. Thanks, Felicia. Thanks for yourself. Okay. Die hat aber echt ne anstrengende Stimme. Archmage. So, aber ich glaube, hier werden die mir auch nicht wirklich helfen können, ne? Toll, die Steuerung echt super. Ich bin vorbei. Okay. Renn besser lieber nicht. Renn besser lieber nicht. Renn besser lieber nicht. Okay. Gehen wir mal lieber raus. Ist echt anstrengend die Stimme von der... Haben wir irgendwie ne neue Info bekommen? I tried to enter the door under the cartographers shop, but didn't know the password and was refused entry. Okay. Immerhin. Tolle Info. So, jetzt will ich aber gerne wissen, wo... Was ist denn das da eigentlich? Turnwheel? Get water up. Oh, okay. Ich habe jetzt nichts dafür. So, wo finde ich jetzt eigentlich den Park? Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der Krendel. Ich bin der. Du hast einen Frau die Nammel des Zahra gehört? Ich bin der. Ich bin der. Nicht, dass ich mich aufsuchen habe. Oh, aber sie mich aufsuchen. Ja, 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 dem broad love, Crandall, have my way with them all, you know. What do you know about the group called The Restless League? Um, punks. Kill them, kill them all once I did. Bunch of Redguard Kanzies. They want me to join them, but I got too much thinking. Evie, low. I say, Rickton's got it out for them. You watch out. Rickton, was weiß der noch? No, sir, Rickton. I kicked this fat butt. Not throw me in its catacombs. Was für catacombs? Oh, der kann mir auch nie weiterhelfen. Oder haben wir hier Neues? Neue Infos. Ich kann da jetzt nicht hoch und runter gehen. Äh. Wie heißt der? Crandall. Hier, dann suchen wir mal noch weiter nach dem Park. Ne, da hinten waren wir ja schon. Da oben waren wir auch schon. Wo könnte ich eigentlich im Park sein? Ah, den kennen wir doch. Aus, äh, Arena. Hm, er sieht ein bisschen preoccupiert. Talk to Snack Charmer. Hm, er sieht ein bisschen preoccupiert. Boah, wie geil, dass ihr den hier auch noch mit eingefügt habt. Aus Arena noch. Wie oft er da rumstand. So, was denn da hinten eigentlich? Also nur so ein Leuchtfeuer. Ah, was haben wir da? Wir haben da eine Tür. Dann würde ich vielleicht hier ein Save-Game machen. So. Jo. Und dann riskieren wir es mal. Nein, 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 nein. Nicht ins Wasser. Okay, so einfach kommen wir da nicht hin. Doch, kommen wir doch hin. Ah, okay. was steuerung ist manchmal hallo nein super steuerung ist bombastisch wo geht es auch noch mal weiter ich glaube eigentlich am besten wäre es wenn wir da hoch gehen wo wir gerade vorbeigelaufen sind und wir oben uns mal ein bisschen umfrauen so was gibt es denn hier sonst noch was ist denn das hier eigentlich wo ich jetzt hier stehe darf ich gerade nicht auf einmal ganz schnell genau ich gehe erstmal in die wildbahn hier mal gucken was wir finden eine map haben wir noch nicht noch gar nicht bevor ich hier jetzt in die bildnis ablösen und nicht mehr zurück finde sehen wir erstmal zu dass wir dass wir irgendwie eine map bekommen damit wir uns irgendwie organisieren können denn so traue ich mir noch gar nicht zu hier rum zu laufen dann gehen wir mal wieder lieber zurück nach strosmarkai ich bin schade dass ich hier jetzt nicht glücklich mich umsehen kann so wer ist denn das so hello my name is cyrus and mine is trissick land trissick is that is that is that is that is that i do not know the name but so many have been lost since the dragon arrived she went missing about three months ago if she was with the crowns i would count her among the casualty rickton slaughter was elegant only in its thorough ja egal thanks ich glaube der wird mir da auch nicht wirklich helfen können dann würde ich sagen äh trissick ok ich würde sagen dann sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart und ich bin's euer max deus und ciao schreie nach 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 Untertitelung des ZDF, 2020